Oh mein Gott, oh mein Gott. Leute, es ist was Besonderes passiert. Ihr seht es hier. Wir haben Buhu gefunden. Wir sind total aufgeregt. Nein, ein Geist. Oh je, was ist passiert? Oh, er hat sich aufgeteilt. Seine Fragmente sind weggeflogen. Ich kann es nicht glauben. Irgendwie wusste ich es ja schon immer. Aber, dass es Geister wirklich gibt. Oh, ich bin total aufgeregt. Aber, dass es Geister wirklich gibt. Wie? Wie? Du bist ein Mensch? So ein echter Mensch? Ich bin jetzt wirklich lange auf dieser Insel. Aber einen Menschen habe ich hier noch nie gesehen. Aha. Guck mal, der Buhu sieht ganz anders aus. Ja. Weil seine Fragmente weggeflogen sind. Oh, du bist gerade hierher gezogen. Ach ja, ist dieser Schliege einfach weiter. Das erklärt das natürlich. Dann erlaube ich mir vorerst zu schauen. Ich bin Buhu. Freut mich. Ich sage jetzt einfach frei heraus. Ich liebe die Nacht, ihre Dunkelheit. Habe ich aber Angst vor Geistern. Was? Er sieht uns als Geistern. Okay. Du liebe Güte, unser Treffen. Oh Mann. Du hast mich so erschreckt, dass ich gerade meine Seele verloren habe. Okay? Ihr könnt ja den Text selbst hier später lesen. Ja, ihr habt ja bestimmt auch schon ein Buch getroffen. Dann könnt ihr das auch nochmal nachlesen. So. Kann ich jedenfalls nicht bleiben. Was für ein Schlamassel. Ähm. Ich bitte dich wirklich schon. Okay. Ich denke, er wird uns darum bitten, dass wir diese Fragmente sammeln. Ja. Kannst du? Machen wir, ne? Ja. Und wie? Und das geht doch nicht. Bitte hilf mir. Ja, wir helfen dir. Ja. Ja. Okay. Ja. Alles in Ordnung. Sag uns wie. Mal sehen. Insgesamt gibt es fünf Fragmente meiner Seele. Genau. Okay. Habe ich auch gerade eben gezählt. Fünf Stück. Was? So schnell? Wahrscheinlich kannst du... Kescher. Mit dem Kescher. Okay. Also auf der Insel nach den Teilen so. Na los. Denn los geht die... So ähnlich wie bei Bulli, war? Los, los, los. Dann musstest du auch Teilen so. Ja. Okay. Die Kescher. Los. Los. Ja. 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 Zeitrennen. Da ist sogar eins. Nein, hier gibt es keine Zeit, oder? Hier gibt es keine Zeit. Egal. Ich mache Zeitdruck, damit das schneller läuft. Ja. Los, los, los. Lauf, 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 lauf. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Siehst so lustig aus, wenn du so rennst. Oh. Ein Glück, dass ich gerade nichts gegessen habe. Sonst wäre das hier mega anstrengend. Okay, hier an Stonehenge vorbei. So zum Strand. Kein Fragment. Nein, 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 nein. Ich laufe, ich laufe, ich laufe. Oh Gott. Pusten. Oh Gott. Kescher natürlich. Weiterlaufen, weiterlaufen, weiterlaufen. Vorbei am Teddybär. Ich gehe mal über die Brücke. Vielleicht ist ja bei mir, bei meinem Haus, ein Fragment gelandet. Was meinst du? Auch nicht. Ich denke eher, das ist eher im unteren Bereich. So bei der Beach, wollte ich sagen. Beim Strand. Na, ich schaue nochmal. Ich schaue nochmal. So, unser Saunaofen steht. Danke für den Saunaofen übrigens. So. Nein, du hast recht. Nein, hier scheint es nicht zu sein. Lass mal nach unten laufen lassen. Ja. Habe ich überhaupt genug Platz im Inventar? Ich habe so einige Schnecken und so gesammelt. Okay. Und Muscheln. Ja. Okay, machen wir später. Hoffentlich platzt das nicht aus dem Nähten. Ja. Ja. Okay. Ist hier was? Hier ist nichts. Nee, hier ist nichts. Aber. Doch, da ist was. Da ist was. Eine Gesichtswanze. Ja, erinnert mich. Können wir verkaufen. Richtig. So weiter. Wo könnte es noch sein? Meinst du hier oben? Ja, da oben. Nein. Nee, das war Buchu. Na, sieht fast genauso aus, oder? Einmal nach unten. Gehe ich nach unten. Ah, hallo Annett. Hm. Oh Gott, ich habe doch recht gehabt. Du hast wieder viel zu viel Müll eingesammelt, aber. Wie geil, das können wir verkaufen. Ja, ja. Das macht Money Money. Wir verkaufen. Wir verkaufen. Da vorne. Da oben. Okay, los. Spring hin. Setz mich nicht auf den Druck, Mann. Spring hin. Ja. Guck mal, er fliegt doch weg. Ja, guck mal, bis du das auswählst. Ich schaffe das doch. Pass auf. Guck mal, gleich ist er bestimmt verschwunden. Ich mache hier gleich gar nichts mehr. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Stress. Spring, spring, spring. Ja. Du weißt, wie spät es ist. Ja. Nachtsport. Gleich 10 Uhr. Ja. Meinst du, dass er verschwindet, oder war es um 10? Nein, das kann sein. Weil er gesagt hat, mach das schnell. Okay, ich spring weiter. 2 von 5. Ich gehe einfach mal nach oben rechts. Warte. Was? Wir können ja mal die Leute fragen. Leute. Immer in den Kescher. Äh, verschwinden in die Fragmente. Schreibt das mal in die Kommentare bei diesem neuen Video. Ja. Würde mich mal interessieren. Einfach unten reinschreiben. Ob man Zeitpunkt hat oder ähnlich. Ich habe was gesehen. Ich habe was gesehen. Du auch. Oh, nee. Ich habe noch nichts gesehen. Nein. Nee. Jetzt vielleicht. Ah, da hinten. Ja. Okay, habe ich jetzt auch gesehen. Wie viele haben wir? Drei gleich. Gleich drei. Ah, ah, ah. Hopp. Und? Ah. Durchatmen, durchatmen. Er merkt das nicht. Er guckt gerade woanders hin. Gesundheit. Entschuldigung, ich musste nichts. Ja. So. Drei. Drei von fünf. Wuhu. So bauen wir noch zwei. Ja. Oh my ghost, oh my ghost, oh my ghost. Wuhu. Meinst du da oben? Ja, natürlich doch. Ich weiß nicht, dass da oben was ist. Doch, überall. M-m. Da oben nicht. Bestimmt weiter rechts. Du meinst am Strand. Ja. Ich merke es mir. Notiert. Und? Ist hier was? Ist hier was? Das hätte ja sein können. Nö. 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 Der Herr hat mal wieder recht. Wie immer. Wie immer. Hör auf den Mann. Ah, siehst du? Siehst du? Aber es war nicht oben. Ja, aber ich war in der richtigen Richtung. Vier von fünf. Yes. Nur noch eins. Nur noch eins. Soll ich zum Strand gehen? Dir zuliebe? Nö. 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 Hi, hallo. Wuhu. Wo kann ich sein? Ich sag dir beim Strand. Ja, ich guck. Ich guck, ich guck. Wo laufe ich denn jetzt gerade hin? Nicht Richtung Strand. Doch, doch. Schau doch. Schau doch. Du musst hingucken. Da ist der Bildschirm. Äh. Ja. Ich sehe nichts. Ja. Unten bestimmt, oder? Schau. Übrigens haben wir eine sternklare Nacht. Soll ich mal in die Sterne gucken? Nö. Erstmal in die Fragmente schnell fangen. Ja. Eins war es noch. Wir haben nur noch eins. Okay. Kesha habe ich. Ich habe es. Wir schaffen das, Jungs und Mädels. Wir holen uns heute ein Boohoo-Geschenk. Ja. Wenn wir jetzt das fünfte finden. Ja. So. Wo kann es sein? Hier ist es nicht. So. Nebenbei habt ihr gesehen, dass wir nochmal neun Geschenke versteckt haben. Ja. Wir haben das wieder aufgefüllt. So. Nein. Nein. Ein Bandsteg. Vielleicht da. Ja. Nein. Nein. Auch nicht. Wo kann es sein? Da. Zack. Auf den Maschinen, oder? Ja. Das ist ganz schnell. Juhu. Das war das Letzte. Schnell zu Boohoo. Jetzt schnell zurück zu Boohoo. Los. Lauf. Nein. Zeit hoch. Wir müssen noch was erledigen. Nein. Nein. Wir müssen noch was erledigen. Wir müssen kurz was schauen. Nicht. Also ich will nicht, dass jemand auf die Idee kommt, ich will die Boohoo-Teile verkaufen. Das mache ich natürlich nicht. Ich will erstmal ein bisschen Platz schaffen. Nuka hat noch offen. Achso. Die haben bis 10 Uhr offen. Ah. Ja. Wir haben bis 10 Uhr offen. Ja, kurz zu Ladenschluss. Kennt ihr das? Kurz zu Ladenschluss noch ganz viel einkaufen. Zur Freude der Verkäufer. So schnell alles verkaufen. Ich denke, wir werden so 5.000 oder so machen. Okay, 5.000. Okay. Gesichtswann sind weg. Orangen weg. Ähm. Flüche. Flüche. Makrile. Rotriesen. Muscheln. Muscheln. Ja. Muscheln. 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 Boah. Muscheln. Das würde reichen. So. Ich sag's. 6.000. Boah. Ich sag ja 5.000. 9.000. Das hat sich ja mal gelohnt. So. Jetzt schnell auf zu Buhu. Und ich bin ja mal mega gespannt, was wir von Buhu bekommen haben. Und wir haben sogar Belohnungen bekommen. Wir haben Belohnungen bekommen. Das ist so. Lass doch. Ja, los. Schnell, 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 schnell. Ich bin aufgeregt. Was kann er für uns im Petto haben? Wo verstecken eigentlich die Geister ihre Geschenke? Was meinst du? Das ist eine gute Frage. Aber es ist ja ein Geist. Wahrscheinlich im Körper drin. Aber dann müssten wir doch sehen, was er hat, oder? Er ist nicht und so. Aber es war... Guck mal, was passiert. Erstmal bekommt er seine Fragmente wieder. Komm. Komm mal ein bisschen hier nach vorne. Ja, wollte ich sehen. So. Jetzt. Jetzt. Es ist vollbracht. Du hast alle Fragmente meiner Seele gefunden. Bla, 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 bla. Also dann gib sie mir schnell. Nö. Nö. Bitte hier. Nö. Perfekt. Alle fünf Fragmente. So, jetzt geht's an die Farbe. Jawohl. Hi. Eigentlich. Ein süßer Geist. So wie so schick aus. Tada. Buhu. Buhu. Endlich wieder vollständig. Puh, Glück. So. Okay. Vielen Dank. Ich fühle mich großartig. Okay. Oh, ach ja. Deine Belohnung. Ja. Was gebe ich dir denn? Möbelmarkeder, oder? Ja. Noch nicht hast oder etwas Teures. Leute, schreibt mir in den Kommentaren, was ihr gewählt habt. Ich meine, was Neues. Aber du sagst ja, Neues ist ja nur 1.000. Also müssen wir was Teures nehmen, weil es 10.000 ist. Genau. Ich glaube, bei etwas Neues macht er nur bis 1.000. Bei etwas Teurem. Er weiß noch nicht, was teuer ist. Da könnt ihr bis 10.000, glaube ich, Sachen bekommen. Ja. So, was bekommen wir jetzt? Und? Dart-Automaten. Wow. Warum nicht? Warum nicht? Ich mag Dart. Ja. Wow, gut. Dankeschön. Dankeschön. Mich würde immer interessieren, was ihr alles bekommen habt. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von Buhu bekommen habt. Und ob ihr ihn gefangen habt. In diesem Sinne, bauen wir diesen Dart hier auf. Und ich würde sagen, das war es mit dem Video. So, unser Denkmal für Buhu. Also, wir sind glücklich. Wir haben Buhu gefunden. Und hoffentlich sehen wir ihn noch häufiger. Und ansonsten wünschen wir euch eine gute Nacht. Gute Nacht. Ciao, ciao. Tschüss bald. Abonnieren nicht vergessen. Und Like.